Aufmaß-Set für Sonnensegel nach Maß. Segeltücher einfach ausmessen und Wunschmaße bestimmen. Wie misst man ein Sonnensegel richtig aus, vermeidet Messfehler und erhält so ein Segel, dass sich straff und in der Winkelhalbierenden korrekt spannen lässt. Mit unserem Profi-Aufmaß-Set für Ihr Sonnensegel nach Maß bekommen Sie ein Komplettset, um Ihr Sonnensegel exakt auszumessen. Unser Set beinhaltet ein Bandmaß in 20 m Länge, eine grüne Polyesterschnur in 50 m Länge und den Zugang zu unseren Premium-Video-Inhalten. Dort finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation Ihrer Befestigung, Tipps und Tricks rund ums Thema Sonnensegel und natürlich eine ausführliche Videoanleitung zum richtigen Ausmessen Ihres Sonnensegels nach Maß. Bestimmen Sie anhand unserer Anleitung Ihre Verankerungspunkte im Garten oder auf der Terrasse. Setzen Sie mithilfe unserer Premium-Videos Ihre Befestigung und bestimmen Sie per Schnurgerüst und Maßband aus Fiberglas punktgenau Ihre Wunschmaße. Tragen Sie in unserem Aufmaßzettel Ihre Maße ein. Übermitteln Sie uns Ihre Ergebnisse oder nutzen Sie unseren Online-Konfigurator und bestellen Sie so in wenigen Schritten Ihr maßgefertigtes Segel. Nutzen Sie unser Aufmaß-Set für Ihr Sonnensegel nach Maß. Es erleichtert enorm die exakte Bestimmung Ihrer Wunschmaße und vermeidet Messfehler. Mit dem Profi-Aufmaß-Set vom Fachbetrieb bekommen Sie eine Hilfe, mit der Sie selbst große Segel komfortabel ausmessen können. Und außerdem erhalten Sie den dauerhaften Zugang zu unseren Premium-Inhalten, zur einfacheren Planung und Montage Ihres Sonnensegels.